So, Freunde, weiter geht's hier mit Remember Me und wir machen weiter. Hier sind wir ja in der letzten Folge runtergestürzt. Diesmal machen wir das Ganze mit Festhalten. Oje. Oh wei. Ich gebe nicht auf. So, nach unten geht's nicht. Dann machen wir die hoch. So, nach unten geht's. So, nach unten geht's. So, nach unten geht's. So, nach unten geht's. Da ist er doch. So, nach unten geht's. Ja, mach auch schon. So, nach unten geht's. 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 die du eben geklaut hast. Sie führen dich zu Dr. Quaid. Ihn musst du stoppen. Oh, das werden wir. Das werden wir. Also, auch du, ein Gedächtnisjäger. Natürlich nicht so gut wie deine Freundin Nilin, aber doch ein außergewöhnliches Subjekt. Wir isolieren einfach deine Besonderheit. So können wir Memorial Leiden viel besser verstehen lernen. Was haben sie mit ihm gemacht? Bitte gehen Sie beiseite. Okay. Unter meiner Kontrolle verlässt du den Mus-Topf deiner Individualität und entdeckst einen Urz, ja. Kognitiver Lipa Resonanz. Wirklich zu beneiden. Wirklich. Gibt es hier noch irgendwo Strom, den wir klauen können? Na, da kommen wir nicht mehr ran. Okay. Oh je. Na gut. Wenn es dann sein muss. So, dann können wir hier kleiner. Ja, ja, ja. Du mich auch. Halt die Fresse, du Arschloch. So, und wir haben wieder was freigeschaltet. Ach, sieh mal an. Wie nehmen wir denn? Wir brauchen eigentlich ein Y, ne? Aber wir haben jetzt kein Y. So, jetzt haben wir den hier zumindest frei. Wir können ja eigentlich... Was ist, wenn wir den hier austauschen? 85 010. Hm. Das ist ja eigentlich so unsere Schadens... Ne, das sollten wir so lassen. Das sollten wir so lassen. So, da ist die nächste Rimini-Szene. Hm. Wir gucken grad hier nochmal kurz uns um. Weil das kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Nicht, dass wir hier noch... Ah, ne. Memory... Okay. Irgendwo ist doch hier bestimmt ne Box... Die wir aufheben können. Gucken wir nochmal. Was haben wir denn hier stehen? Ach, das ist einfach nur so ein Wegweiser. Na gut. Mach dir nichts aus dem Schmerz. Von nun an unterdrücken wir ihn durch direkte Einwirkung auf die Memorial-Wurzeln. Sehr beruhigend. Für uns beide. Nicht wahr? Sie machen Gefangene zu Liepern. Und dann Liepern zu Haustieren. Dieser Quaid. Was für'n Freak. Wahre Monster sind Anomalien. Und Dr. Quaid ist mit Anomalien gespickt. Dieser Kerl verdient nicht zu leben. Ja, das werden wir auch dann hoffentlich beenden. Ein Fokus-Boost. Ach, guck mal. Hier können wir uns auch noch ein bisschen heilen. Das ist, glaub ich, gar nicht verkehrt, wenn ich mir das so ansehe. So, und dann müssen wir, glaub ich, zu der Tür ganz links, ne? Kriegen wir die irgendwie auf? Ja, 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 ja. Da geht's lang, okay. Ähm, ne. Das muss, glaub ich, bleiben. Gucken, was passiert. Oh, ich steh doch nicht mal in deinem Weg, blöder Stuhl. So, da gehen wir mal hinterher. Oh nein. Alles klar. Oh nein. Oh nein. Alles klar. Oh nein. Oh nein, kleine Läge. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, wir prügeln uns nicht tot. Okay. Hei, 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 hei. Es war schon wieder so knapp. Können wir uns hier wieder heilen irgendwo? Denn so brauchen wir uns den nächsten Mobgruppen nicht entgegenstellen. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte geduld. Subjekt Nummer 80217, FED Request. Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ja, da haben wir versucht, haben wir das Synchronisieren verhaut. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der am Synchronisieren war. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Subjekt Nummer 80217, FED Request. Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Aber ich komme nicht ran. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ich komme da nicht ran. So, wo haben wir eigentlich unseren Strom gelassen? Kommen wir da vielleicht von hier aus ran? Probieren wir mal. Die müssen wir uns aber beeilen. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte geduld. Subjekt Nummer 84217, FED Request. Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. An das Laborpersonal. Folgt nicht Dr. Quades irrer Vision. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Sebastian, hör zu. Rückverwärmung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nicht. Den kaputten Gehirn dieser Menschen eine Persönlichkeit einzinken, war nie eine echte Böse. Wenn ich jetzt aufhöre, kehren tausende von Leapers zum Ursprungszustand zurück. Rekonvertierung. Wir müssen das stoppen. Aber unsere Mutti ist auf unserer Seite, habe ich das Gefühl. Halt. Was war das? Vermutlich nichts Gutes. Leute, machen wir hier nochmal ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht es dann weiter. Und vielleicht finden wir den Dr. Quade denn ja und können ihm das Handwerk legen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Wir sehen uns dann. Vielen Dank.